Dieses Video stellt Ihnen zwölf häufige russische Fragewörter mit Hilfe von Eselsbrücken vor. Unser erstes Wort ist Wer. Im Datingspiel Herzblatt soll sich Katharina entweder für den Viktor oder den Hector oder den Alektor entscheiden. Da ihr aber sowohl der Viktor als auch der Hector und der Alektor gleichermaßen sympathisch sind, antwortet sie auf die Frage, Wer ist nun dein Herzblatt? Einfach Ktor? Wie der gemeinsame Nenner aus Viktor, Hector und Alektor. Der Moderator fragt Ktor und schon hat er auf Russisch Wer gefragt. Nun zur Frage Was. Die absolut gute Nachricht ist, dass die Frage Was sich auf Wer, Ktor im Russischen reimt. Sto. Es ist sozusagen ein Kto, das mit St startet. Achtung! Das Wort wird mit Sch ausgesprochen, schreibt sich aber mit Tsch. Das wichtigste Wort aller Zeiten ist aber natürlich Warum. Man hört es oft von Kindern. Stellen Sie sich ein abenteuerlustiges Kälbchen vor, das ständig in der Patsche steckt. Seine Mama, die Kuh, fragten in der Kuhsprache warum es wieder in der Patsche steckt. Dabei klingt das Warum so. Batsche, Mu, wie die Kombination aus Patsche und Mu. Der Antwort auf die Frage Warum, Batsche, Mu, ist weil und enthält im Russischen auch ein Mu. Bada, Mu, Sto. Das Kälbchen sagt Papa, Mu, Sto. Übersetzt Papa, Mu, Das. Also Papa sagte das. Also Papa hat mich dazu angestachelt. Papa, Mu, Sto. Bada, Mu, Sto. Es ist zwar kein Fragewort, war aber im Doppelpack Warum, Weil, Patsche, Mu, Pada, Mu, Sto. Dabei. Die Frage Wohin hat übrigens auch mit Kühen zu tun. Sie klingt KU, DA. Wenn unser Kälbchen sich auf den Weg ins nächste Abenteuer macht, fragt es der Bauer am Koppeltor, ob seine Mutter zu seiner Destination, also zu seinem Wohin, eh, ja, gesagt hat. KU, DA. KU, DA. Von KU, DA lässt sich auch die Frage Woher ableiten. At KU, DA. Die Frage Woher fragt nach dem Ort, von dem man herkommt und beginnt auch quasi mit dem Wort Ort. Ot KU, DA. At KU, DA. Nun kommt die Frage Wo. Auf dem Bauernhof arbeiten zwei lustige Mägde. Die sind sehr fleißig und helfen überall dort, wo Hilfe benötigt wird. Die Frage Wo klingt ein bisschen wie das Ende des Wortes Mägde. GDZE. Das russische Fragewort Wie kennen Sie sicherlich bereits aus der Phrase KAK DILA. Wie geht's? KAK. KAK klingt vielleicht nicht sehr ansprechend, ist aber Bestandteil vieler wichtiger, komplexerer Fragen, zum Beispiel der Frage WI LANGE. WOLGA ist ein sehr langer Fluss in Russland und die Frage WI LANGE klingt auf Russisch fast wie KAK WOLGA. KAK DOLGA. Unsere zweite Frage, die KAK enthaltet, ist WI SCHNELL. In einem Bistro kann man sehr schnell essen. Deswegen klingt die Frage WI SCHNELL auf Russisch fast wie KAK BISTRO. KAK BYSTRA. In Geschäften, Märkten und Restaurants werden Sie in russischsprachigen Ländern die Frage wie viel sicherlich benötigen. Stellen Sie sich vor, ein junges Paar, Sabine, also S und Leo, also L, interessiert sich für ein bestimmtes, sehr schönes, aber überteuertes Haus. Als Sie erfahren, wie viel es kostet, sind beide K.O. Sabine, K.O., also S-K-O und Leo, K.O., L-K-O. Gemeinsam abgekürzt S-K-O, L-K-O, SKOLKO. Und so schreibt sich die Frage WI VIEL SKOLKA. Und wenn Sie schon die Frage SKOLKA, wie viel kennen, können Sie sich die Frage nach der Uhrzeit, um wie viel Uhr, leicht merken. War SKOLKA? Und zum Schluss die Frage WANN. Haben Sie schon gewusst, dass es für den Muskelaufbau nicht egal ist, wann genau Sie QUARK essen? Denn am besten sprießen angeblich die Muckis, wenn man QUARK DA, DA, vor dem Schlafen isst. Die Frage WANN klingt ähnlich wie QUARK DA, KAK DA. Nun haben Sie zwölf russische Fragewörter und das Bonuswort, weil, PADAMUSHDA, kennengelernt und können diese mit Hilfe des Quizlet-Links in der Videobeschreibung ins Langzeitgedächtnis befördern.